Das ist noch eine nächste, glaube ich, weil die bewegt sich so, die fliegt so, die scheucht andere weg. Also es gibt zwei davon, von der Sorte. Größer, dicker, schwarz mit gelben Streifen. Also nicht gelb mit schwarzen Streifen, sondern schwarz mit gelben Streifen. Da ist sie. Oder die andere. Eine von beiden. Ja, also gut. Wie gesagt, Tornisse. Aber die jetzt fliegend einzufangen in der Kamera ist echt schwierig. Hier ist ganz schön viel Geschwirre. Ich glaube, da fliegt sie irgendwo, oder? Ach, ich sehe es nicht. Da, 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 da. Siehst du? Da ist sie. Willst du sehen, wie sie geflogen ist? Und nicht so hektisch wie die Westen. Die fliegen ruhiger, die Hornissen. Nicht so hin und her, sondern rundher. So, ist doch bescheid. Ja.